Szenen wie aus einem Film. Zwei maskierte Männer haben am frühen Morgen des 2. März bei Gützko einen Geldtransporter ausgeraubt und anschließend in Brand gesteckt. Die bräute einen Millionenbetrag. Aber was ist eigentlich genau passiert? Bis nach herigen Erkenntnissen ist es so gewesen, dass am vergangenen Donnerstag gegen 6.20 Uhr ein Geldwehrtransporter auf der A20 auf Höhe der Anschlussstelle Gützko von unbekannten Tätern zum Stehen gebracht wurde. Die Täter haben in der Anschlussstelle Gützko zuvor eine Baustelle fingiert, eingerichtet. Sie haben Betonbarrieren auf die Fahrbahn gestellt, sodass diese verengt war, haben Warnwagen aufgestellt und ein Verkehrszeichen mit dem Zeichen 206, also umgangssprachlich ein Stoppschild. Der Geldtransporter war am Tattag auf dem Weg von Greifswald in Richtung Neubrandenburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Gützko wurde er von einem Mercedes-Kleintransporter überholt. Genau an der Stelle hatten die Täter vorher schon Betonblöcke positioniert. Sie kannten offenbar genau die Zeit und die Route des Geldtransporters. Mit zwei Autos kesselten sie den Wagen mit dem Geld ein. Zwei Täter stiegen aus, schwarz gekleidet und mit Maschinenpistolen bewaffnet. Es sollen sogar Schüsse gefallen sein. Sie zwangen die Sicherheitsleute, sich nicht zu wehren und verdunkelten die Scheibe. Die Täter öffneten dann den Geldtransporter gewaltsam. Sie erbeuteten mehrere Millionen Euro. Die Räuber setzten eines ihrer Fahrzeuge in Brand und das Heck des Geldtransporters. Dann verschwanden sie. Die zwei Mitarbeiter der Sicherheitsfirma konnten aussteigen und wurden später in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde niemand. Einige Zeit später fand die Polizei den Tatmercedes in Müsentin, ebenfalls ausgebrannt und mit leeren Geldkassetten. Die lange Vorbereitung der Tat und auch das Vorgehen könnten auf organisierte Kriminalität hinweisen. Ob man jetzt von organisierter Kriminalität sprechen kann, das müssen die Ermittlungen zeigen. Gegenwärtig ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die Täter diesen Tathergang auf alle Fälle geplant haben, dass sie organisiert und strukturiert vorgegangen sind. Und wir wissen auch, dass die Baustelle schon Tage zuvor fingiert wurde und eingerichtet wurde. Insofern sind wir auf der Suche nach Zeugen, die vielleicht schon Tage zuvor gesehen haben, Beobachtungen gemacht haben, wann die Baustelle aufgebaut wurde, welche Fahrzeugbewegungen dort stattgefunden haben und auch Angaben zum Tathergang selbst machen können. Inzwischen sind schon mehrere Zeugenhinweise eingegangen. Der entscheidende Hinweis war aber noch nicht dabei. Es hat bisher umfangreiche Befragungen und Vernehmungen gegeben, die Ermittlungen laufen. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Die Sicherheitsfirma übrigens, die für den Geldtransport zuständig war, wurde schon einmal Opfer eines spektakulären Millionenraubes. Im September 2005 hatten mehrere maskierte und bewaffnete Täter das Firmengelände in Greifswald angegriffen. Sie kletterten über den Zaun und überraschten die geldzählenden Mitarbeiter. Die Gangster, die nie gefasst wurden, erbeuteten damals 2,75 Millionen Euro. Damit liegt die Firma GWS in der Rangliste der größten Geldraube in Mecklenburg-Vorpommern nun auf den obersten Plätzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.